Die Menschen strömen auf die Straßen, um für ein AfD-Verbot zu demonstrieren. Die Hamburger Innenstadt platzt aus allen Nähten. Nachdem mindestens 10 Menschen zur Demo gegen rechts gekommen sind, musste die Demo wegen Überfüllung frühzeitig abgebrochen werden. Die Betreiber der Demo wollen sie deshalb nachholen und diesmal zur Sicherheit mindestens 11 Menschen anmelden. Die zahlreichen Demos in Deutschland finden große Unterstützung aus der Politik. Kennt ihr das, wenn man ein Problem so lange ignoriert, bis es sich von selbst löst oder es jemand anderes macht? Einfach geil, so der Bundeskanzler. Auch Merz lobt die Proteste, man dürfe aber die Gefahr von links nicht ignorieren. Aber es gibt auch Gegenstimmen. Super-Nazi-Höcke kommentiert die Demo mit. Sind Menschen, die gegen Nazis sind, nicht die wahren Nazis? Zudem äußerte ein Sprecher der AFF die Alternative für Fakten, bedenken, was die Richtigkeit der Zahl der Teilnehmer betrifft. Wenn ihr die Perspektive von der Kamera ändert, dann sieht es ja nach mehr oder weniger Menschen aus. Damit könnt ihr Medien ja richtig gut manipulieren. Und wenn man jetzt die Perspektive noch weiter ändert, dann sieht man, dass ein Baby die Kamera hält. Und das geht ja gar nicht. So ein Baby auf eine Demo mitnehmen? Das soll gefälligst alleine zu Hause bleiben, wo es hingehört. Außerdem habe ich Beweise auf X gefunden, dass es alles nur AI ist und dass die Leute da bezahlt wurden, um da zu sein. Die waren doch nicht freiwillig. Aber auch die antifaschistischen Gatekeeper äußern Kritik. So eine Demo ist purer Ernst. Und da waren halt Menschen, die Spaß hatten. Es ist wichtig auf Demos, den Eindruck zu hinterlassen, als wäre man gezwungen worden da zu sein. Und außerdem waren da viele zum ersten Mal demonstrieren. Wo wart ihr denn bitte bei den ganzen anderen Demos? Zu den ganzen anderen Konflikten, die euch überhaupt nicht betreffen? Ich war schon auf 100 Demos diesen Monat. Manche von denen waren ja noch nicht mal links. Man muss nicht links sein, um für ein AfD-Verbot zu sein. Sowas würde nur ein Rechter sagen. Während Journalisten prüfen, ob ein AfD-Verbot steil gehen würde, prüft die Regierung Alternativen zur Bekämpfung der Alternative. Um die Demokratie vor Nazis zu schützen, ist es leider nicht so einfach, eine Nazi-Partei zu verbieten. Vielen Dank dafür, Nazis. Deshalb werden verschiedene andere Vorschläge diskutiert, wie Kürzung des Taschengeldes, Alice Weidel das Schnitzel wegnehmen, Pappschildern mit coolen Sprüchen im Bundestag oder einfach alle Vorschläge der AfD kopieren. Scholz freut sich über jeden Vorschlag, der nicht vernünftige Sozialpolitik beinhaltet. Denn noch will er nicht aufgeben, den Rekord von Merkel als untätigste Bundeskanzlerin zu überbieten. Andere versuchen, die Situation direkt für ihren Vorteil auszunutzen. So hat Rechtsextremismus Harry Potter Hans-Georg Maaßen angekündigt, mit der Werteunion seine eigene Partei zu gründen. Mit dieser wird es keine Brandmauer geben. Anders gesagt, sollte die AfD verboten werden, gibt es direkt braunen Nachschub. Während jedoch alle krass mad drauf sind, boomt die deutsche Wirtschaft. Denn nachdem die geheimen Abschiebepläne der Nazi-Kackwürste bekannt wurden, verkaufen sich deutsche Produkte plötzlich besonders gut. Während in Berlin demonstriert wird, wird in Berlin, äh, demonstriert. Aber anstatt gegen braune Scheiße, mit brauner Scheiße. Noch immer halt das Gehupe der Traktoren durch die Hauptstadt. Tausende Traktoren blockieren den Tiergarten, teilweise mit riesen AfD-Haufen, äh, Güllehaufen. Deutschlands Finanzstissler Lindner versucht sich jetzt bei einer Rede bei dem Pöbel einzuschleimen. Ich verstehe euren Frust. Während die Grünen euch das Geld wegnehmen wollen, kriegen diese Kinder alles in den Arsch geschoben. Die wollen nicht arbeiten, kriegen aber Kindergeld. Überall Rabatte. Und alles wird denen von den Eltern geschenkt. Ich werde deshalb nicht aufhören, bis ich jede Unterstützung für Kinder vernichtet habe. Das bin ich euch Bauern schuldig. Der Pressesprecher der Vereinigung der Babys kommentiert Lindners Rede mit Auto. Während er enthusiastisch mit einem Finger auf einen Traktor zeigte. Die Mutter des Pressesprechers erklärte uns, dass er die Blockaden der Bauern toll findet, weil Auto. Aber er würde einen Protest der Baggerfahrer mehr unterstützen. In der Bevölkerung jedoch sinkt die Unterstützung für die Bauern. Ja, lokale Landwirtschaft ist wichtig, ähm, aber Klimaschutz ist ja auch wichtig. Und dass sie zur Arbeit kommen, ist auch wichtig. Also ja, zwei gegen einen wichtig. Okay, aber können die nicht ihr Gemüse einfach im Supermarkt kaufen? Sind die dumm? Ja, alle labern hier von Weltuntergang, fatale Folgen für alle. Es ist mega wichtig und so. Aber ich blick da einfach nicht mehr durch. Ich hasse einfach alle. Sauer sind auch die Lokführer. Dazu haben wir jedoch keinen Beitrag, weil der Dude, der den Beitrag machen sollte, nicht hergekommen ist, weil die Bahn streikt. Und nun zur Mietvorhersage. In Metropolregionen wie Berlin und München sind hohe Mietpreisstürme zu erwarten. Im Ballungsgebiet Ruhrpott werden die Preise hingegen gedrückt, da in den entlegeneren Städten noch viele Wohnungen frei sind. Heiter wird es vor allem in den ländlichen Regionen. Besonders im Osten steigen die Mieten kaum, weil da will halt einfach niemand hinziehen. Ich wünsche noch einen schönen Abend.